Das wäre Legende, wirklich. Von draus vom Berge komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Allüberall auf den Bergspitzen sah ich weiße Schneeflöckchen sitzen. Und droben auf den Hütten sah ich die Menschen das Bier reinschütten. Als ich mich die Abfahrt hinunter traute, es mich direkt aus der Bindung haute. So fuhr ich weiter durch den finsteren Tamm, da rief es mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief's alter Gesell, lehne dich nach vorne und spute dich schnell. Die Happy Hour fängt gleich an. Der Wirt hat die Pforten schon aufgetan. Ich beende jetzt Bindung!